Alle Achtung! Mit der Konstitution können Sie 100 Jahre alt werden. 100 Jahre? Aber meine Altersvorsorge ist nur bis 80 kalkuliert. Alles, was darüber liegt, kann ich mir finanziell überhaupt nicht erlauben. Dann kann ich Ihnen als Arzt einen dringenden Rat geben, sofort mit dem Rauchen anzufangen. Das hilft? Man kann nie wissen. Aber ein paar Jahre könnte es schon bringen. Die Medizin ist zwar in den letzten 10 Jahren extrem vorangeschritten, aber Wunder kann sie immer noch nicht vollbringen. Und Alkohol? Es kommt auf die Menge und die Art an. Rotschwein? Zu wenig Promille. Das würde Ihre Leber zu gut verkraften. Korn? Korn würde gehen. Am besten Doppelkorn. Aber mindestens eine Flasche täglich nach dem Frühstück und eine vor dem Zu-Bett-Gehen. Und nicht untertreiben. Ich werde mir Mühe geben. Vielen Dank. Ja, hier habe ich noch was für Sie. Auf den Weg. Noch was. Gönnen Sie sich einfach mal ein bisschen weniger Ruhe. Einfach mal ein Wochenende schön durchsaufen. Oder einfach mal 36 Stunden am Stück arbeiten. Sie werden sehen, so eine Verspannung wirkt auf ein Wunder. Ja, und immer schön aufs Lunge. Na also, es wird doch. Äh. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR